Oh hallo. Herzlich willkommen in unserem Luxus Parasolidie. Wie kann ich dir denn helfen? Du hast einen kompletten Sparaday hier gebucht. Genau. Dürfte ich bitte deinen Reisepass haben? Dankeschön. Oh ich sehe, du bist nun weit hergereist. Ja. Was hat dich denn hierher gezogen? Die Polarlichter, selbstverständlich. Die sind wirklich unfassbar schön. Ja. Du wirst sie heute sehen. So. Entschuldigung nur kurz, ob du das bist. Wirklich ein sehr schönes Voto. Also ich sehe auf meinem Ruhebe aus. Okay. Perfekt. Dann tippe ich das hier in unserem System ein. Genau. Zauberer Name. So. Also du hast auf jeden Fall jetzt gleich schon die Facial Spa Behandlung. Saunabad. Okay. Okay. Dann sehe ich noch, du wolltest auf den Winterball gehen. Okay. Also frisse Make-up Nägel. Und die Sleep Behandlung. Okay. Dann tippe ich hier noch kurz alles ein. Möchtest du vielleicht etwas trinken? Ja. Vielleicht ein Glühwein. Wir haben hier einen wirklich guten Glühwein. Das ist dieser hier. der Finzer. Finzer. Glühwein. Natürlich in Premium Qualität. Ich finde das Design super schön. mit der Dunkelblauen nach die unentfehlen Sternen am Himmel. Sternenbäumen, Kirchenschulen und ein Drum und Dran. Ich schüttel das mal, damit das Aroma sich an allen Stellen gleich verteilt. So. Ich koche dir gleich mal den Wein. Und dann bringe ich dir ein kleines Tässchen. Gut. So. Ich koche dir gleich mal den Wein. Und dann bringe ich dir ein kleines Tässchen. Gut. So. Dein Glühwein ist soweit. Du kannst dich schon mal ein bisschen hier aufwärmen. Und dann geht's gleich weiter. So. Mit dem Termin. In unserem Spa und Wellnessraum. Mit der wunderbaren Aussicht. Bitteschön. Ich wünsche dir ganz viel Spaß heute. Und eine wohlige Entspannung. Bis gleich. Ich begrüße dich. Ich begrüße dich in unserem Spa-Zimmer. Der erste Schritt wird ein Facial sein. Du wirst eine mega entspannende Gesichtsbehandlung bekommen. So dass du voll entspannt in den Spa-Tag startest. Und ein schönes, reines Gesicht hast. Bist du bereit? Gut. Wir beginnen damit, erst einmal dein Gesicht zu reinigen. Und hierfür nehme ich ein Hydroboost Aqua Reinigungsgel. Mit Hyaluronsäure. Dieses spendet dir Feuchtigkeit. Was besonders zu dieser Jahreszeit ganz wichtig ist. Denn bei diesem Wetter neigt die Haut dazu, etwas ausgetrocknet zu sein. Und die möchten mir entgegenwirken. Okay. Ich nehme jetzt zwei wiederverwendbare Wattepits. Die sind frisch gewaschen. Und auf denen werde ich jetzt das Reinigungsgel verteilen. So. Darf ich dein Gesicht berühren? Gut. Wir entfernen jetzt erst einmal den ganzen Schmutz, der sich über den Tag verteilt. auf dein Gesicht auf dein Gesicht gelagert hat. Du kannst gerne deine Augen schließen. Du kannst gerne deine Augen schließen. Ich weiß, was, was wir nicht sperren. Du kannst sehr viel, hunter uns auf den Gissen hier wieder sein. Du kannst zuigkeiten. Du kannst hier auchure Schmutz tun. Du kannst dich nicht Mister. Du kannst, wenn dir in die Augen schulieren. Du kannstest werden dir keine medios oder Bäume 셋 пост also espera weten garante alles, weil ich stege aus. Es ist so angenehm von Tauk. Okay, gut. Gut. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich werde jetzt allerdings ein Double Cleansing durchführen. Dazu nehme ich jetzt einen richtig tollen Gesichtsschaum, der dein Gesicht nochmal so richtig schön von allen restlichen Schmutzpartikeln entfernen wird. Und dieser Gesichtsschaum fühlt sich richtig, richtig toll auf der Haut an. Wie kleine Schneewölkchen. So. 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 Gut. Und los geht's. Mit einem some treatment. Mit einem mit 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 und loftig. Ein wenig breckelnd. Das klingt sehr gut. Mit 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 Okay. Gut. Ich arbeite das jetzt nochmal kurz mit diesem Gesicht. Massage bitte. So. So, ich bleibe. So, ich bleibe. So, ich bleibe. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 so und die andere Seite ok jetzt nehme ich Einwäschlafen. Und mit diesem Wäschlafen werde ich jetzt den Schaum entfernen. Achtung, bitte Augen schließen. Achtung. 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 Okay, gut. Jetzt werde ich ein paar Unreinheiten aus deinem Gesicht entfernen. Keine Sorge, du hast wirklich wunderschöne Haut. Aber jeder hat ein paar Mitesser und die werden mich jetzt schon drauf squeezen, damit du wirklich eine perfekte Haut hast. Okay, gut. Okay, gut. Dann machen wir gleich weiter mit den Augenbrauen. Und du hast wirklich eine wunderschöne Augenbrauenform. Und da muss man nur ein bisschen nachzapfen, okay? Das tut auch nicht weh. Okay. Plack. 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 Die andere Seite. Plack. 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 Jetzt würde ich noch ein Chemical Peeling Serum auftragen, das enthält 6% HA und PHA, Panthenol und Aloe Vera. Das sorgt für eine sanfte Hauterneuerung. Keine Sorge, hier sind auch keine Duftstoffe enthalten, die der Haut unnötig Schaden zufügen. Keine Sorge, hier sind auch keine Duftstoffe enthalten. Keine Sorge, hier sind auch keine Duftstoffe enthalten. Keine Sorge, hier sind auch eine Duftstoffe enthalten. Keine Sorge, hier sind auch eine Duftstoffe enthalten! Okay. Okay. So. Okay. Just one time here. Okay. 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 Nun nehme ich einen Rosenquartz-Roller dazu. Den kennst du vielleicht. Mit dem werde ich jetzt das Hirom schön einarbeiten. Damit es schön tief in die Haut eindringt. Okay. Gut. Und so. Und. Und so. Und so. Und dann, warum ich sicher bin. Okay. Und jetzt schon, hier. Die Schicht. Und jetzt. Ich kann eigentlich nicht und so schlaufen. Und jetzt. Jetzt. Okay, für die Wangen, das ist mal die Rechte. Okay, für die Wangen, das ist gut. Okay, für die Wangen, das ist gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Okay, gut. Gut, gut, gut. Jetzt werde ich noch ein kleines Lippenbeerling auf deine Lippen auftragen, damit sie schön sanft sind. Jetzt rätst du und deine Messen zeigen lässt. Okay. Okay. Jetzt habe ich noch ein kleines Lippen. Das ist ein kleines Lippen. Das ist eine Kleines Lippen-Lippen. Wir alle sehen. Das ist doch nicht so süß. und ich meine Schütte, die ich in der Hals so 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 Das bringt auch nicht wirklich ganz an den Lippen, an den Lippen, an die schönen, solche schönen Lippen, ganz ganz, so alles Lippen her und so an die voluminöse Lippen der Wunden, wie eine Kirsche, eine saftige Reisekirsche. So, gut. Jetzt bekommst du eine frohe, du in der Massage, in zwei Schritten. Der erste Schritt beginnt mit einem Gesichtsgesell. Das besteht aus der Bio-Welt der Hose und ist perfekt für trockene Haut geeignet. Man braucht nur ein paar wenige Tropfen des Öls, auf die geheiligt werden. Und noch eine leichte Feuchte von Gesichtszeits und die Goldie hier aufzutragen. Und das muss jetzt mal dann sein wird ein, bis es eingezogen ist. So. So. Okay, mal hier. Let's manage. Manage. Exichts. Massa-ja. und entnehme den roten Bio-Welt-Rose. Spüre meine warmen Hände, wie sie über dein schönes Gesicht streicheln und diese öllige Textur einer Beitsche. Hier habe ich meine Wurzeln, aber ich habe die Wurzeln und der Maschine gelesen, Wie sie es für heute und bei uns nicht? Ein kleines Wurzeln und Sieg Hände zu haben, aber nicht nur was, Okay, good. So, im nächsten Schritt werde ich jetzt ein paar Faciales, Ice Globes dazunehmen. Die habe ich mir vor kurzem Herbst bestellt und mir das alte Bank bei einer Kundin leider untergefallen errichtet. Ich finde diese Packung so schön mit diesen Geschenken ausstecken, den Tarnbohren und Schnee. Perfekt für diese wundervolle Jahreszeit. So, die glänzen so schön. Glänzen, glänzen, glänzen. So, und die sind richtig kühlend auf dem Gesicht. Und damit werde ich dir jetzt ein... ...sues... ...messer. Okay. Glänzen, glänzen. Glänzen, 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 glänzen. Üv meilleur und glänzen. Glänzen, glänzen. Und dann kannst du auch noch etwas. Und dann kannst du es dir gut nehmen. Und dann kannst du hier. Und dann kannst du es dir gut auf den Weg. Das war's für heute. 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 Nun gebe ich dir diese coolen Wasserbeeren-Gesichtsmaske. Ich lag vorher bei mir. Das war's für heute. 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 Soll ich ein bisschen von Deinem Schweiß schon mal antun? Es ist ja ganz normal, dass man in der Sauna schwitzt. Alle Schädlinge werden ausgeschieden über den Schweiß. Du fühlst dich danach richtig gesund und ausgeglichen. Was hältst du davon, wenn wir ein bisschen den Klang einer Klangschale lauschen? Hier habe ich das gute Ding. Das ist eine original tibetische Klangschale. Die Klangschale lauschen. 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 Inские Klangschale lauschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schiff, magst du vielleicht ein bisschen Honig auf deiner Haut? Ich habe hier wunderbaren Kastanienhonig. Das ist mega gut für die Haut, wenn man Honig in der Sauna aufträgt. Es hilft gegen Mitesser und spendet Feuchtigkeit. Auf natürliche Basis. Dieser Honig ist ein bisschen dunkler als sehr kömmlicher Honig. Ich habe leider keinen Honiglöffel und deswegen muss jetzt dieser Kordepfel hier rein. Ich habe hier ein bisschen dunkler. Siehst du, wie schön der Honig fließt. In diesen wundervollen Bernsteinfarben. Ein bisschen spiegelt sich mein Gesicht im Honig wieder. Okay, dann trag mal das doch jetzt auf deinem Gesicht auf. Und erstaunlich, wie gut sich sowas mit einem Kuchenlöffel hochtreiben lässt. Ja, da wirst du vielleicht so ein bisschen komisch vorkommen. Aber eigentlich, finde ich, fühlt sich das ganz gut auf der Haut an. Was meinst du? Okay, das verteile ich jetzt auch noch einmal mit meinen Händen auf deinem Gesicht. Das hat sich da andet, und ich würde mich sehen, mama, nicht so sehr, sehr süß. Ich finde, wir sehen uns hier ein bisschen wie auch die Hände. Und er wird mir jetzt auch sehr süß. Du bist mir hier ein bisschen süß. Du bist mir hier ein bisschen süß und süß. Du bist mir hier ein paar Klosser. Und jetzt bist du hier ein bisschen süß. Okay. Okay, good. Gut. Ich arbeite das jetzt noch mit einem Gesichtsmassageroller ein. Ich habe hier so einen richtig tollen Gesichtsmassageroller aus Holz. Dieser wurde in Indien hergestellt. Mit Indien. Der hat diese speziellen Reine, die schön tief in ihr Haut reindrücken und zu massieren, wenn man sie zu verletzen. Okay. Okay. Das ist sehr, 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 sehr. Okay. 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 Das ist schön, das ist schön. Bist du schon aufgeregt aufgrund des Winterweins? Kein bisschen deinen Schmerz, einfach nur. Das ist schön. Gut. Wenn du magst, kann ich dir jetzt noch eine kleine Massage am Körper verleihen. Ja. Ich werde diese als Massage durchsetzen. Und diese als Lücken. Ich finde die kleine Kleidie sehr angenehm an der Haut. Das wird einfach nur eine Massage-Virkel. Soll ich die damit massieren? Ja. Okay. Ist das nochmals ungenehm heiß für dich, oder ist dir schon ein bisschen schlecht, oder? Es geht noch, okay? Gut. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, man überschätzt seinen Körper gerne mal. Und wir wollen ja nicht, dass du hier aufgehst. Also, ich habe hier noch ein bisschen aufgehst. Und wir wollen jetzt aufgehst. Und dann, die Seite. 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 Und, hier. Und dann, die Seite. Okay. Wenn du Lust auf eine etwas bleibere Bürste hast, die etwas kasselig war, auf der Haut kann ich dir noch eine andere Wolves-Massage-Bürste empfehlen. Und zwar wäre das dieser hier, der Unterschied zwischen dieser und der anderen Wolves-Massage-Bürste-Literin. Dass diese noch Brusten hat und wenn man offen dazwischen, während die andere Ehe einen massierenden Effekt hat und diese Ehe einen fehlenden Effekt. Okay. Ja. Ja. Okay. ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay. So, wenn ich jetzt hier ein bisschen schlafen kann, dann kann ich jetzt hier ein bisschen schlafen. Vielen Dank. Jetzt zum Abschluss der Sauna würde ich dir noch mit einem Massage ein World Water Massage geben, um deine Haut jetzt nochmal zu beruhigen. Sehr massagebar, ist nicht aggressiv, er ist wirklich ganz schön. Siehst du? Er ist wirklich sehr weich und hat auch wirklich nur eine ganz sanfte Massagewirkung. Okay. 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 Wir fahren jetzt mehr als genug lang in der Sauna, wir müssen jetzt wirklich mal raus, sonst wird es ungesollt und wir sehen uns gleich im Badehaus, okay? Bis gleich. Und wie hat es dir in der Sauna gefallen? Ja, es war sehr heiß, aber hat dir auch richtig gut getan. Jetzt kühlen wir dich ein bisschen ab und du solltest auch ein erfrischendes Bad nehmen. Ja, in der Sauna hat man ja ganz viel geschwitzt und wir wollen dich jetzt einfach wieder ein bisschen frisch machen. Gut. Gut. So. Setzen wir für den Anfang erst einmal eine Badehaube auf. Wir wollen uns zuerst auf deine Körper konzentrieren. Auf deine Körper konzentrieren. So. Okay. So. Sehr gut. Ich lass dir auch schon mal das Wasser einlaufen. Okay. So. Okay. So. Dann. du kannst du dir ganz entspannt entspannt unter deinen Kopf oder auch in Nacken lehnen. So, das ist für dich bequemer in der Badehaube auf. So. Ja. In der Badehaube auf. In der Badehaube auf. in der Badehaube auf. In der Badehaube auf. So. In der Badehaube auf. In der Badehaube auf. Okay. Magst du vielleicht etwas Badeschaum in deinem Wasser haben? Gut. Magst du vielleicht etwas Badeschaum in deinem Wasser haben? Ja. Das ist eine rosa türkisene Kugel die ein bisschen von der Form hier an ein Cupcake erinnert finde ich. Oder an einen Muffin in einer etwas rundlicheren Form. So. Und oben befindet sich ein Herz passend zum Fest der Liebe. So. Die Kugel löse ich jetzt mal im Wasser auf. Das sprudelt richtig. Richtig schön. Okay. Für den Badehaube würde ich gerne die Produkte von Red Jones verwenden. Die mag ich besser. Sehr gerne. Und wenn du magst, kannst du als Kleines Präsent diese Packung bei Nein, es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Das ist jetzt einfach von mir für dich, okay? Gut. Hier steht die Today's little memories, oh, moments, I'm so sorry, today's little moments become tomorrow's, tomorrow's precious, 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 memories, so, und darin sind richtig tolle Partel-Utensilien enthalten, zum Beispiel ein Film zum Duschen, und das nehme ich jetzt gleich als erstes, um deinen Körper zu reinigen. So, this is you, it's the month's ritual of Sakura, celebrates each day as a new beginning, sensational filming shower trail with rice, milk, and cherry blossom. So, here we go. Okay. So, darf ich dich anfassen? Sehr gut. Jetzt können wir erstmal hier schön alles sein zu sein. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay, jetzt wird das so schön. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Und die Bowie. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Okay. 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 Good. Okay. Das arbeiten wir jetzt noch einmal mit einem Schwamm besser ein. Hier habe ich so einen weichen, großen Schwamm. Den habe ich vorher schon etwas angefeuchtet. Vorne ist es schön weich und hinten. Ja, ein sehr rauhiger Zeit. So ein bisschen. Das ist immer so. Hörst du die Wolken, wie sie sich draußen am Himmelbilden, bereit, um später ein bisschen den Schnee auf die Erde reinzulassen? Ja? Wir wäschen deinen gesamten Schweiß ab. Wir wäschen den Schweiß ab. Okay, nehmen wir mal die Rückseite. Okay, nehmen wir mal die Rückseite. Okay, nehmen wir mal die Rückseite. Okay, gut. Jetzt haben wir deine Körper einschamponiert und du bist vorher relativ sauber. Okay, jetzt würde ich noch kurz unter deinen Armen ein bisschen mehr waschen. Und dazu nehme ich jetzt dieses Waschnetz, damit man an die Stellen, an denen man besonders schwitzt, noch besser reinkommt. Und okay, einmal bitte auch. Okay. 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 So, das duftet. Jetzt nehme ich noch kurz meine Ärmel zur Seite. So, und jetzt werden wir richtig schön deine Haut spielen. Und jetzt werden wir richtig schön deine Haut spielen. Ich komme jetzt hier, ich komme jetzt hier. Let's see Und Ich habe gehört Du sollst auf den Winterberg gehen Hast du deshalb so einen Spagate Hier Hier Hast du denn eine Begleitung Okay Okay Was da ist Hier gehört Heute sollen ein paar Mistel Zweige hängen Habe ich nur gehört Vielleicht landest du ja zufällig unter einem Zufällig Ja Weißt du denn schon, was du anziehen sollst Okay So Du brauchst noch ein bisschen Hilfe beim Styling Ja du das ist doch gar kein Problem Wenn du magst Kann ich das für dich übernehmen Ja Ja ich kann dir die Haare schneiden Make-up Und Die Haare in Kleid geben Wir haben hier Ein paar Arme gerade oben Okay Okay Ja perfekt Vielleicht mache mir du gleich mal ein Temmin Wann ist der Fall? Ja Perfekt Dann machen wir einfach davor Am Abend Okay 20 Uhr Wie wärs? Okay Gut Termin ist gebockt Ich merke mir das Gut Gut Okay So Das Peeling Werde ich jetzt nochmal mit ein paar Handschuhen einarbeiten Kleinen Moment Also ich hab hier Zwei Handschuhe Die zieh ich mal an Damit lässt sich das Peeling Viel besser auf der Haut von der Welt Viel besser auf der Haut von der Welt Auf der Haut von der Welt Wie hat dir deine Gesichtsbehördlung gefallen? Ein Asphalt Orange Ja Ja Das ist schön Dass du dir die Maske auch schön einwerfen lassen Okay Gut Und Das ist schön Licht dich Rociaż Und Tö Ok Und Okay, sehr schön. Ja, das sieht ja schon sehr, sehr, sehr gut aus. Und schon süchtig und schwul wieder aus. Okay. Wenn du magst, kann ich dir jetzt auch eine kleine Körpermassage geben. Mit diesem Massagehandschuhe. Der tut ganz tolle Rolle und fühlt sich wirklich gut an. Okay. 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 So. Also, ich habe ein richtig tolles Körpermuss, das prickelt so ein bisschen auf der Haut. Ich finde jetzt so nach der Sauna wäre das ganz erfrischend. Magst du das mal ausprobieren? Okay. Das ist das. Das ist das hoherlich, hoherlich kreckling, kreckling, bodymuss von der Ritual of Holy. Wir machen hier keine Wärmung für Rituals. Ich mag die Produkte einfach sehr gerne geradezu besonderen Anlässen. Und liebe ich das. So. Das Brutzel auf der Haut ein bisschen. Bitte nicht erschrecken. Bitte, meine Zache. Ich werde das Arsch nicht schreien. Dann gehen wir das Arsch nicht schreien. Gut, nun müssen wir deine Haare waschen, genau, kleinen Moment, ich muss noch kurz das verpult. So, wir müssen jetzt erstmal wieder deine Powderhombe abnehmen. Ja, die Haare werden sowieso nass. Aber ich wollte einfach nicht, dass sie während des Balls zu stellen. So, ich mach mal das Wasser warm. Okay. Passt das so an den Temperatur? Okay. Okay. Amitst du in Haare schönes? Okay. 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 Ich nehme jetzt das fliegende Binnen-Eier-Food-Shampoo. Das ist vegan. Vertrockenes. Okay. 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 Oh, das tut jetzt eine Banane. und letztendlich zurück kommen Sie jetzt eine lange und sofort und sofort Kopfmassage das tut so gut ich stehe über die und meine etwas länger wenn du nicht etwas kleiner nehmen können und die hier selbst die so zu verwehnen Magst du die Massage hier vorne, oder mit dem Kopf, oder hier seitlich, oder einfach Neue Regen. Ok, ich habe den Lied, das immer mehr Massage bei Rücksichtige. und ok 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 spülen jetzt gleich aus wieder mit dem gleichen Apparatur ok die roh Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Okay. Ja. Jetzt müssen wir dich abdrucken in der Hand dazu, nämlich dieses schöne rosa Handschuh. Steig bitte vorsichtig aus der Wanne. Okay. 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 Vielen Dank. Okay, so. Du bist jetzt gerade Kopfpäffersfuß, aber eine Stelle dürfen wir hier doch nicht vergessen, nämlich meine Ohren und meine Ölchen. Und um diese zuhören, nehme ich Einfach Damit die Wette nicht hängen bleibt. Das kannst du ja noch schlimmer machen dann. Okay, ich habe jetzt zwei Stückchen rausgenommen und die können loslegen. Okay. 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 Okay, gut. Ja, du bist jetzt komplett so power-tex-management. Wenn du magst, kannst du jetzt noch in unseren Ohrraum gehen und dich entspannen. Und wir sehen uns dann einfach beim Styling für den Winterball. Frisur-Nigel-Makeup. Genau. Gut, dann entspann dich jetzt erstmal. Gut. 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 Hey, da bin ich wieder, ja, zunächst ist die jetzt die Haare. Schneiden und frisieren lassen, genau, für den Winterball. Gut, sonst habe ich hier schon mal etwas für dich. Das ist ein Reserverumark. Sowas dürftest du hier schon kennen. Das ist einfach dafür da, dass dein schönes Outfit nicht schmutzig wird. Möchtest du das dann später anziehen zum Ball oder ziehst du dich nochmal um? Ich kann dir auch gerne ein Kleid von hier geben. Ja, das machen wir dann am besten später beim Make-up. Perfekt. Okay. Okay. Ist das zu eng oder geht das? Okay. Gut. Perfekt. Also, deine Haare sind ja schon gewaschen. Ja, du hast ja schon ein richtig schönes und entspannendes Part genommen. Wie hat dir das gefallen? Tiefenentspannung pur, was? Okay, jetzt können wir ja gleich somit beginnen deine Haare zu schneiden. So. Ich habe hier einen Fein-Sinkigen-Gerben. Somit können wir jetzt ganz kurz durch deine Haare um sie zu glätten. So. Okay. Möchtest du ein komplettes Um-Styling oder einfach nur die Spitzen geschnitten haben? So. Wie viel darf denn ab? So. So viel, so. Okay. Kurz mal. So. Und so will ich mir gerade das? Okay. So. 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 Okay. Untertitelung. BR 2018 Okay, jetzt werde ich deine Haare nochmal im Gesamtbild durchgekommen. Hier, da gehen nochmal die restlichen Haare raus. Und dafür benutze ich meine heiß Geliebte. Ich nenne sie Tingle Breath, weil ich dieses Gründchen, wie bei dieser Baieppe so gerne mag. Und hier verleihend auch das Gefühl über die Haare. Okay, okay. So cool. I'm packin' so much of it, so much and good. What's not good? Okay, so you begin your smile. Seine aus dem Gesicht zu kommen. Du weißt Bescheid, wenn sie zu ihm, dann sagst du es mir. Okay. So, I need this side. Okay. Richtig schöne Saft. Es glänzt so schön. Okay. Okay. Let's start on that side too. Okay. Hollywood Waves. Ich finde es total schön, wenn die dann so bouncy sind. So richtig schön voluminous. Und zwar wird auch nochmal deine Haarbrache betont. Ja. Gut. Das mache ich mit Lockenwicklern und einem Fern. Ich brauche zuerst einmal etwas, dass deine Haare wirklich den ganzen Abend halten lassen. Und deswegen benutze ich von Science, Science Professional Performance, Formel von Friseuren und Stylisten. Das ist mit entwickelt und verwendet. Das Sproof Styling System. Ich brauche jetzt den Schaumfestiger für 24 Stunden Langzeitzeit. Ich brauche heute mal heute zuvorこう. Ich stelle jetzt mal damit zuvor. für starken Hals eine lange anhaltende Styling und voller natürlichen Glanz Es verbessert außerdem die Kennbarkeit im nassen Haar und hilft das Haar vor Föhnwärme und aus Trockenen zu schützen, was für unseren übernächsten Schritt sehr wichtig sein wird Du siehst auch oder hörst es wirklich ziemlich schnell schon fest und schaumig Okay Und das verteilen jetzt in deine Haar Danke Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss mir nur kurz die Hände säubern. So, dann kann es weitergehen. Ich habe hier einen Lockentwickler für dich. Ich habe hier einen Lockentwickler. Ich habe hier einen Lockentwickler. Ich habe hier einen Lockentwickler. Okay. 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 So, und wir schminken dich jetzt einfach gleich, solange die Lachmückel einwirken, okay? Gut. So, du wirst jetzt dir und dein Make-up für den Winterball von mir schminken lassen. Du meintest ja vorhin zu mir, dass du noch nicht weißt, was du entziehen sollst. Vielleicht sollten wir das als erstes besprechen und daraufhin dann das Make-up aufbauen. Also, mir kam direkt ein Gleitenden Sinn und ich glaube, das ist auch genau deine Größe und es wird, denke ich, fabelhaft an dir aussehen. Soll ich dir das mal zeigen? Gut. Ich hab's auch schon hier hängen. Und zwar ist das dieses hier. Also, das muss man hier noch festmachen. Das ist ein rotes Satin-Gleit mit langen Ärmeln. Hier ist es ein bisschen asymmetrisch und man kann hier das mit dem Band hinzubringen. Und ich find's einfach wunderschön. Es passt so gut in die Weihnachtszeit. Und vor allem für den Winterball rutscht dich immer sehr ins Auge und ist trotzdem sehr elegant. Und ich find's einfach perfekt. Magst du das mal anprobieren? Okay. Dann häng ich dir das mal hier hin. Wow. Du siehst top aus. Also, ich glaub, du wirst heute die schönste Person auf dem Winterball sein. Also, das ist echt... Es sieht noch besser aus, als ich es mir vorgestellt hab. Ehrlich? Wirklich? Ich würd's ansehen. Okay. Gut. Ähm, ja. Jetzt fangen wir doch gleich mit dem Make-up an. Ich würde heute einen etwas auffälligeren Make-up-Look schminken. Und zu dem Kleid würde ich die Lippen betonen. Was meinst du? Okay. Okay. Gut. Aber lass mich mal gucken. Und... Ich würde damit beginnen, ein Primer auf seinem Gesicht aufzutragen. damit die Haut schön sanft ist. Und die Bohren verschwinden. Genau. Der Gesicht ist ja schon gereinigt. Das hier ist ein Sardine Soft Blurring Primer. Fixes foundation and finishes complexion for complete amounts. Perfekt. Dieser Primer ist auch ohne Silikone. Und das macht dein Gesicht... Ja. Einfach farbehaft. Makellos. So. Okay. So. Das genügt ein bisschen. Man braucht nicht zu viel. So. Denn zu viele Produkte bei Make-up können sehr schnell cakey aussehen. Killsige. Und durch die Haut. Und durch die Haut. Und durch die Haut. Also, dein kleines Zeiglernt und Zeiglernt. Gut. 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 Dann fangen wir doch gleich mit der Foundation an. Ja. Lass mich nur kurz deine Haut anschauen. Okay. Ich glaube, ich weiß, welchen Farbton wir nehmen sollen. Ich habe hier ein Fit Me-Concealer von Maybelline New York. Luminous and smooth for normal to dry skin. Diese Foundation entfällt Vitamin E und ist im Farbton. Und einfach so eine Leide-Beige. Weil dein Gesicht ist ja jetzt auch im Winter etwas heller. Deswegen habe ich da auch eine hellere Farbe genommen. Lieber zu hell als zu dunkel. Wobei ich denke, dass es wirklich genau perfekt für deine Haut sein wird. Ich habe da ein ziemlich gutes Auge für dieses Make-up. Entzählt außerdem auch Lichtschutzfaktor 18. Was ganz gut ist, wenn du Sonneneinstrahlung ausgesetzt bist. So. Nur bei Fotos kann man da ein bisschen heller aussehen. Und das wird mit dem Foundation Lichtschutzfaktor 18. So. Ich nehme jetzt diesen fluffigen Pinsel von Zueva. Und die Foundation perfekt einzuarbeiten. Und am besten schließt er jetzt seine Augen. So. So. почves dich noch mal. Okay. So. Yes. So. So. Okay. Zahn brauchst du jetzt am besten noch einen Concealer. Und ich nehme dann passend zum Fit Me, zur Fit Me Foundation und einen weiteren Concealer von Maybelline. Das ist, glaube ich, der Augenringlöscher. Man kann es nicht mehr genauer kennen. Multi-Use Concealer. Keine Sorge. Der Applikator wurde vorher noch mal gereinigt. So. Das trage ich jetzt und setze deine Augen auf. Es wird auch gleichzeitig verblendet. Gut. Okay. Nochmal auf der anderen Seite. So. So. Okay. Gut. Jetzt würde ich mich jetzt einen wunderschönen Äuglein widmen. Hierfür nehme ich meine favorite Palette of all the time. Und zwar ist das die Neos Palette von Huda. Huda Beauty. Ich finde das Schöne an Lidschatten Paletten ist einfach, dass selbst wenn man sie täglich benutzt, sie einem Jahr lang einsam bleiben. Ausgesetzt, sie fallen einem nicht runter. Das ist mir auch schon das ein oder andere Mal leider passiert. Aber zum Glück waren es bis jetzt immer nur Farben, die ich ohnehin nicht benutzt habe. Also meine favorite Colors blieben irgendwie meistens verschont. Okay. Und so. Du wirst vielleicht jetzt erstmal denken, dass die Farben gar nicht so gut passen. Aber die passen eigentlich mega gut. Gut. Ähm. Zu dem Kleid. Ich weiß, das ist jetzt eher so ein rosa Bordeaux. Aber ich habe das schon rausgetestet und das sieht mega gut aus. Also vertrau mir. Gut. Ich würde jetzt. Ich würde jetzt für so die Grease Teddy benutzen. Dann, um ja ein bisschen tiefer zu verleihen, würde ich diese zwei Farben mischen. Beziehungsweise die, beziehungsweise die mit Grave und Daydream, damit sie richtig schön klimmern und glätzen. Und und so. Warum würde ich da noch diese zwei Glitzenden Farben benutzen? Was hältst du von der Idee? Der Idee? Ihr seid immer fern. Gut. Und zwar nehme ich jetzt einen fluffigen, fluffigen Pinsel. Auf und zu Eva. Jetzt gebe ich folgende Form. Ich gehe erst mal Teddy, mische es ein bisschen mit Tickle, Augen zu. So. Nochmal. Gut, jetzt nehme ich einen etwas schmaleren, fluffigen Pinsel und skele in die zunkelere Farben. Okay. Gut. So. Fühlt sie etwas in euren Farben, die so richtig glitzern, würde ich einen abgeflachten Pinsel nehmen. Und ich bin mit denen funktioniert das anders. Und ich nehme hier meine wunderschöne Mermaids Brush. So. 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 Gut. Jetzt sind deine Wimpern an der Reihe und ich benutze dafür erstmal alle Wimpern zu sagen, um sie nach oben zu biegen. Achtung. Und die andere Seite. Gut. Das haben wir. Jetzt tuschen wir deine Wimpern an und dazu verwende ich die Catrice Glamatol. Glamatol Lash Colorist. Und Semipern an und so alle Mascara. Bei dieser Mascara wärmt sich deine Wimpern schwarz über den Zeitraum, wenn du sie etwas häufiger benutzt. Ich kann es jetzt noch nicht so ganz bestätigen, muss ich ehrlich sagen. Also. 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 So. 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 Okay. So. 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 Deine Wange und deine Lippe. Für deine Wange nehme ich jetzt einfach einen ganz normalen Rouge. Der lässt sich in so einem Peachton. Ich finde, das lässt sich so richtig frisch aussehen und nicht so günstig. Also wirklich, als wären die Päckchen rot, weil es draußen so kalt ist. Und so, wir werden die Päckchen richtig schön anspannen. Gleichheitsnetze, die Seite. So sieht es aus. Wirklich richtiger Flick. Jetzt fehlen nur die Lippen und die müssen aufwürdig sein. Dafür nehme ich jetzt einen roten Lip Liner. Das ist der Long Lasting Lip Pencil von Catrice. Und der ist außerdem auch ganz wichtig. Waterproof. Weil du wirst ja auch später auf dem Winter bald bestimmt ganz viel trinken und speisen. und der muss halten. Bei mir sind die Lippen jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen verwischt. Aber ich muss sagen, ich trage den Lippenstift jetzt bestimmt schon. beziehungsweise den Lip Liner jetzt bestimmt schon seit, ja, es kommt hin. Seit sechs Stunden ungefähr. Und erhält mich immer noch, ich glaube sogar länger, sechs, sieben Stunden. Deswegen lässt du da rum. Okay, Lippen spritzen. Ich fahre jetzt nach S. Okay. Um das abzuholen, brauchen wir noch einen Lippenstift. Und dann nehme ich diesen hier von Estee Laudy. Oder Estee Laudy. I don't know. Eine Make-up Artistin, die nicht weiß, wann die Marke ausspricht. Ich weiß. Bescheid mit. So, das ist ein Roton Rebellious Rose. Das ist ein Roton Rebellious Rose. So, ich glaube so, ich weiß. So, ich schade über das Hand. So, ich komme jetzt mit der Leibende und die neue Haut. So, ich schade mich jetzt eine Züchter dazu. So, ich habe das Handeln von Ihnen. So, ich habe das Hühner mit der Leibende, oder? und meine Olu-Gesner hat. So, ich habe das Hühner. So, ich habe das Hühner Hollande. So, ich habe das Hühner geh. Okay, gut. So, ich hab eine Sache noch vergessen und zwar sollst du heute richtig glauben anscheinend. Und deswegen brauchen wir noch einen Eyelater. Und ich hab zwar den perfekten. Also, das ist von Karp's Decay. Dann haben wir die Glow-Einheiten. Und ich hab dir die Glow-Einheiten. Das ist gut. So, You mentioned it, Side PS Plus On NSW So, bodies And This is Okay And So You can't even ask Have you previously Du siehst...bamme aus. Wirklich job, also das Kleid steht hier, das Make-up, deine Haare, deine Haare, wir müssen die Lockenweckler noch rausnehmen. So, dann nehme ich dir mal die Lockenweckler noch raus. Vielen Dank. Okay, jetzt Okay 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 Let's Okay 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 Also du siehst Moment Also jetzt Pardon mit den Haaren, du siehst aus wie eine Hollywood Queen Also Wer ist Kim Kardashian? Ich weiß, man sollte andere nicht runter machen um jemanden zu preisen, aber du siehst Bombe aus Wirklich wunderschön Ja Perfekt, dann müssen wir jetzt nur noch deine Nägel machen und dann kannst du schon auf den Ball gehen Gut, dann sehen wir uns gleich Perfekt Hey Schön, dass du es hierher geschafft hast Ja Du siehst wirklich fantastisch aus Jetzt fehlen nur noch deine Nägel damit du ready bist für den Winterball Genau Es ist ganz ganz wichtig dass die Nägel auch schön gepflegt sind und zum Outfit passen Gut, 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 gut Dann streck mir doch mal bitte deine Hände aus Okay 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 Also hier hast du noch einen Nagellackrest Da auch Okay Ja, dann würde ich als erstes deinen Nagellackrest entfernen Genau Drüber lackieren ist nicht Okay Also dazu nehme ich jetzt erst mal einen azetonfreien Nagellackentferner Dieser hier ist Dieser hier ist von Eberlin für empfindliche Nägel Gerade jetzt im Winter sind die Nägel besonders spröde aufgrund der Temperaturen und die Hände sind immer ganz trocken und da finde ich sollte man auch beim Nagellackentferner darauf Achte geben dass dieser die Nägel nicht noch zusätzlich reizt Gut Die schüttle ich jetzt noch kurz drüber kurz drüber gut gut so dann brauchen wir ein paar Wattepäts und die die nicht die gefühlt was das ist dann w die 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 und damit kann man die Nagellackreste noch entfernen genau ich finde diese Saugen die Nagellacken verne wirklich gut aus und man muss dann auch nicht ergriffen über die Nägel reiben sondern es bleibt eigentlich alles schon von ganz alleine so jetzt ich finde die Nagellacken die Nagellacken sind die Nagellacken die Nagellacken die Nagellacken die Nagellacken Okay, so. So. Ja, dieser Nagellackentferner riecht nicht so stark. Und bin jetzt dran. Ich finde, der duftet eigentlich sogar, ja, ganz gut. Nach Aprikosen gerne. Okay. Gut. So. So. Dann streik mal bitte deine Hände aus. So. 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 und hier und hier Okay, gotcha. Ja, deine Nägel sind jetzt zauber. Lass mich mal schauen. Ja, die Nagellau ist eigentlich schon total zurückgeschoben. Das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Okay, ja, jetzt müssen wir deine Nägel feilen. Was möchtest du denn für eine Form? Möchtest du eher obale Nägel? Spitze, Ballerina oder Square? Ja, ich habe jetzt so einen Oval. So finde ich es eigentlich am natürlichsten, wenn man noch nicht so lange Nägel hat. Aber die war alles ganz dir überlassen. Okay, schau mal, ich habe auch so eine richtig hübsche Pfeile mit ganz vielen verschiedenen Mustern. Hier. Okay, so, um, could be my turn in, so. Okay, so, um, could be my turn in. ok jetzt hier anzahein Nochmal hier. Kommt, nochmal hier hoch. Gut, dann haben wir das jetzt noch erledigt. Dann sag mir doch, hast du schon eine Idee, was für eine Farbe du haben möchtest? Ja, wir meinten ja vorhin, dass du am besten dieses eine schöne rote Satin Kleid anziehst. Bleibst du noch dabei? Okay. Dann würde ich auch die Farbe des Nagellacks in einem Rotton am besten wählen. Ich kann dir aber auch verschiedene Farben zeigen. Ja. Also, jetzt speziell rot habe ich wirklich ganz viel im Angebot. Also, ich habe hier erst einmal eine limitierte Farbe aus den USA. Die heißt Oats in the Heart. Und die ist in einem Korallrot. Also, das ist irgendwie hier nur ein kleiner Pink-Korall-Touch bei dem Nagellack dabei. Ich finde ihn wirklich richtig, 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 richtig hübsch. Ich glaube aber allerdings, dass der, was schon so ein bisschen, ja, vom Farbton sich mit dem Kleid peist. Ich zeig dir mal noch einen anderen. Also, ganz typisch. Ist einfach auch ein klassischer roter Nagellack. Der ist zwar nicht ganz knallig rot, schon ein bisschen in die dunklere Richtung, aber noch nicht ganz so dunkel. Die Farbe nennt sich Magi Me Happy. Und ich habe auch noch einen anderen, der ist in so einem richtigen tiefen Weinrot. Also, das ist sogar Bordeaux. Und der Nagellack weiß auch wie die Farbe Bordeaux. Also, die zwei Farben, finde ich, würden auf jeden Fall sehr gut zu deinem Gleit. Und das Make-Up passen. Ich habe hier aber auch noch eine richtig besondere Farbe. Und, so, I love it, ist das diese glitzernde Rot. Das passt wirklich, ich glaube, das hat sogar genau die gleiche Farbe wie dein Kleid. Und es schimmert halt auch noch so richtig, richtig tolle. Alle meine Nagellacken sind von Essia. Das ist auch keine Werbung. Ich hatte tatsächlich ein Essia-Advance-Kalender. Und diese Farbe habe ich mir selber gekauft. Aber, ja, ich trage die Nagellacken von allen am liebsten. Weil sich für mich einfach herausgestellt hat, dass der sich am besten auftragen lässt. Und auch am längsten auf meine Nägeln hält. Und, ja, das ist die Farbe Let's Party. Passt perfekt zum Winterball. Da wird ja auch ordentlich gefeiert. Und, also, ist schon mal einer meiner Favorites. Wenn du jetzt aber eher etwas Natürlicheres haben möchtest, kann ich dir auch einen, ja, so Nude-Rosa-Ton anbieten. Not just a pretty face heißt, ja. Denn du hast nicht nur ein wunderschönes Gesicht, sondern auch wunderschöne Nägel. Und den finde ich auch hübsch. Also, du hast eher einen Nude-Ton. Aber, dazu passt, also, ein kleiner Schimmer-Rosa ist drinnen. Ich habe aber auch noch einen Rosanen. Also, der ist, die sind sich zwar ähnlich. Nur der not just a pretty face ist etwas deckender. Und den hier, der heißt Mademoiselle. Den habe ich gerade drauf. Also, der ist jetzt nicht gerade mega deckend. Aber, hat seitdem so ein dezentes Rosa. Das sieht mega natural aus. Also, die letzte Farbe, die ich dir noch anbieten könnte, weil der bin ich auch ein absoluter Fan, ist diese hier. Schau dir das mal an, dieses transparente Pink. Die Farbe heißt Glow and Shine 001. Und als ich die gesehen habe, war ich sofort verliebt. Leider ist die aber mehr transparent als Pink. Aber, jo. Okay, welche Farbe soll es werden? Und dann, der Rot und so mit dem Glitzer, habe ich es mir doch schon gedacht, vollzüglich war. Du bist jetzt auch die erste. Den benutzen darf. Ich schütte ihn dafür mal durch. Okay. Okay. Okay, okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, okay. Nails. Okay, and the hands. Okay, so let's go. Okay, so jetzt müssen die erstmal schön trockenen. Okay. 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 Ich habe die Lüge auf den Kopf gemacht. Ich habe die Lüge auf den Kopf. Ich habe die Lüge auf den Kopf gemacht. Die Creme zieht richtig schön in die Hände ein und jetzt sind die richtig süß und sauf, ohne schwitzig zu sein und ohne zu kleben. Okay, gut. Meine Nägel sind jetzt so ready und du siehst auch fantastisch aus. Ich wünsche dir wirklich ganz viel Spaß auf dem Winterball. Du kannst es dir dann später richtig schön gemütlich in deinem Bett machen und dabei die Aussage genießen. Bis dann und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hey. Wie ich sehen kann, hast du dir in unserem Entspannungsraum gemütlich gemacht? Eine ausgezeichnete Wahl, wenn ich anmerken darf. Ja, du möchtest nochmal den Ausblick genießen, bevor du schlafen gehst. Absolut verständlich. Wie war dein Tag bis jetzt? Wunderschön, mega entspannend. Ganz viele tolle Erlebnisse. Also, aber jetzt bist du erschöpft. Na, dann leg dich doch mal hin. Ganz ruhig. Ich hol dir ein Kissen. Ich hab dir mein Friederangessen mitgebracht. Das ist so weich. Das ist so weich. So flauschig. Du fühlst dich einfach, als würdest du vorher geblieben. Ja. Ich richte das mal für dich ein. Okay. Liegst du bequem? Das ist sehr gut. Kann es sein, dass du ein wenig frierst? Ja. Ja. Wir reizen dir auch. Aber ich gebe dir am besten nochmal eine warme Kuscheldecke. Ja. Oh Mensch. Das ist hier unsere weiche, floffige, cremeweiße Decke. Siehst du? Wie weich sie ist? Oh, hier habe ich auch schon eine weiche Kuscheldecke. Decke Decke. Die Essensoren richtig schönen Cremeweiß. Und sie ist wirklich so fluffig. Fluffig. Wie Zuckerwatte. Oder wie fluffige Völkchen. Ich leck dich mal zu. So. Damit du hier nicht frierst. Okay. So. Schön. Du hast es dir jetzt gemütlich gemacht. Darf ich dir vielleicht nochmal was zum Trinken anbieten? Du weißt, wir haben hier alles heiße Schoki. Einen Wintertee. Du nimmst den Wintertee. Gute Wahl. Der ist wirklich so lecker. Geht momentan auch wirklich von allen Chiesauten. Und das ist wirklich so lecker. Und das ist wirklich so lecker. Wie ist das? Der ist wirklich so lecker. Und das ist jetzt. mit Spekulatius-Geschmack. Er schmeckt aber nicht nur nach Spekulatius, sondern auch nach Mandarinen, Äpfeln und Zimt. Geht der für dich in Ordnung? Gut. Zum Beispiel. Da haben wir Ihnen schon das nochmal extra in eine Papierverpackung. Das Haus erinnert ein bisschen an eine Hüte hier an die Ecke. So. Ich liebe dieses minderliche Aroma. Du darfst auch mal drinnen. Das ist okay. Okay. So. Ich habe schon etwas Wasser. Das vorgebracht wurde in diese wunderschöne Tasse getan. Die ist hübsch in dem schönen Dunkelblau und in Schneeflocken. Man sieht darauf einen kleinen Weihnachtsmarkt, eine Töpferei, einen Glühweinstand, Glaskunst, Waffeln und ein Karussell. Ich wende diese Tasse ab. So schön. Und aus ihr lässt sich perfekt ein Wendtee trinken. Gut. Ich stelle sie dir mal ab. Soll ich dir vielleicht für die Atmosphäre noch eine Kerze anzünden? Okay. Ich habe hier eine richtig tolle Kerze, die handelgefertigt wurde mit dem besten Wachs. So. So. Sie doffnet zu einer Creamy Sweets. Creamy Sweets. Ich finde das passt einfach super zu dieser Atmosphäre. Ich glaube es ist jetzt so ein bisschen, ja, ein süßes Aroma nach Karamell. Aber auch ein bisschen zimmertig und es schmeckt einfach nach leckeren Süßigkeiten. Oder es duftet danach, ich sage schon schmeckt, weil es duftet so, als würde es lecker schmecken. Soll ich sie dir anzünden? Gut. Ich musste erst meinen Streichholz suchen. Ich verwende da immer die Sicherheitszünder vom Drogeriemarkt. Die haben sich für mich einfach als am besten erwiesen. Natürlich gibt es auch Feuerzeuge, die auch einen langen Hals haben. Aber ich mag einfach diese Atmosphäre von Streichholzern. Und sie geben dann noch einen zusätzlichen Duft ab, den ich mega coolig finde. Mittlerweile sind nicht mehr viele Streichholz anbrechen. Da ich wirklich ganz häufig Kerzen hier anzünde. Ich liebe Duftkerzen. In manchen stört es ein bisschen, aber ich finde, dazu kann man richtig gut einschlafen, wenn es in einem Raum so richtig doll duftet. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Nicht, dass mir nur die Foden abbrennen. Hier ist aber nicht. Ich mag nicht. Ich lese dir doch mal so schön. Oh, das tut gut, das tut gut. Diese Kerze gehört mittlerweile zu Ihrem Lieblingskerdchen. Die zünde ich gerade jetzt wieder jede Naht an. Sie hat so einen extrem starken Geruch und das liebe ich einfach. Ich lese dir mal hin. Was würdest du davon halten, wenn wir dein Gesicht jetzt noch reinigen? Gut. Ich war vorhin extra nochmal Wetterpads einkaufen. Nur für dich. Ja, sie sind uns leider ausgegangen. Normalerweise haben wir dir immer vorher gesorgt. Aber jetzt, Weihnachtsstress. Ich habe es zum Glück noch rechtzeitig bemerkt. Diese Wetterpads sind aus 100%iger Bio-Baumwolle. Außerdem sind sie bei und Wurstelfrei. Gönne dir eine extra große Streichleinheit. Unsere Adipads aus 100% Bio-Baumwolle. sind in Zart zu deiner Haut und Fusselfrei. Sie eignen sich zur Bauch- und Tiefenreinigung und zum Abschminken. Selbst Make-up wird rücklos stanzlos entfernt. Auch zum Auftragen von Lotionen und Cremes geeignet. Sim-Celeble. In Mindesteile verschwinden ordene Lieblings- und Magellackfarben. So. So. very schön. Let's take a look. so. so. Das ist so schön. Na schön, du könntest dich hier mega entspannen und du darfst auch mal nach der ganzen stressigen Zeit auf der Arbeit, in der Schule oder auch beim Studium dich endlich mal zurücklehnen. Hier bist du frei. Hier ist niemand, der dich nervt und du darfst dich jetzt einfach vollkommen fallen lassen. Es ist okay, hier auch mal nichts zu tun. Deshalb brauchen wir uns nicht schlecht zu fühlen. Man muss nicht immer nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. So. 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 Sehr gut. Dein Gesicht ist jetzt sauber. Magst du vielleicht noch eine kleine Kopfmassage bekommen? Ich habe hier was für dich. So heißt es. Dieser Kopfkrawler. Ich finde, das ist der Inbegriff von Singles. Singles. Und ich werde jetzt damit den Kopf massieren. Lehn dich zurück. So. 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 Ich habe den Knack. Ich werde den Knack aufnehmen. Ich werde den Knack aufnehmen. Es ist schon zu spät, dass mir die Wimper schon abfliegt. Ich hoffe, du lässt dich nicht daran stören. Aber dein Make-up hat ja den ganzen Abend übergehalten. Ja, erzähl mal, wie war es auf dem Winterberg? Hast du jemanden kennengelernt? Heute gab es vielleicht die einen oder anderen Brusten. Und du bist überzeugt, bleibt alles bei mir. Okay, spannen, spannen. Hast du was gegessen? Den Bauch voll geschlagen. Was gab es denn alles? Oh, zahmlos. Entweder mit Glösschen, Süßchen und Rotkraut. Oh, lecker, wie bei Oma. Ganz viele Plätzchen. Weißt du, die hatten einen Weihnachtsmann und Coca-Gemuster. Mein Gott, wie cool ist das denn? Gestorben, okay. Sahnentorten, Ohrspensler, Fondue. Ui, 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 das klingt ja alles richtig toll. Raclette. Wärtsig. So, jetzt sind deine Haare auch ein bisschen verwurscht. Vielleicht geben wir sie doch noch mal durch. Ja, schau mal. Ich hab hier so eine richtig hübsche Birste. Die ist aus den 60er Jahren. Und hat ein richtig hübsches Rosenmuster auf der Rückseite. Die Brusten sind besonders weich. Und sieben nicht in deinen Haaren. Ich möchte auch deine schöne Frisur von weich. Ich hab noch mal vor. Ja, da ist das. So, dass sie schon ein bisschen verwurscht. Aber das ist ja selbstverständlich. Okay, gut. Und dann. Jetzt smile. So. Schönes, langes Haar. So. So stark, glänzend. Und gesund. Okay. So. So. 議in. Ich nehme dich an ein. Okay. So. 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 Möchtest du dir vielleicht ein wenig Deko in den Raum stellen? Ja, ich habe hier einen richtig knuffigen Zwergfeindertsmann. Und jetzt ist es so ein kleines Erscher. Und jetzt ist es so ein kleines Erscher. Ich habe es nur noch einen kleinen Schmuck, aber ich habe es auch einen kleinen Schmuck. Okay. Gut. Ich hab hier auch noch so eine hübsche Schneegugel mit einem Engel. Wenn du die so richtig gut durchschüttelst, dann fängt sie an zu schneien. Das war nicht so süß. Ich liebe Engelchen. Gut. Ich stell's dir zur Seite. Möchtest du vielleicht vor dem Schlafengehen noch ein Buch lesen? Also ein bisschen zur Besinnung. Ja. Also es gibt hier natürlich auch ganz viele Weihnachtsbücher. Aber wir hatten ja auch Weihnachten ein bisschen eine Zeit der Besinnung ist. Hier vielleicht noch ein Buch. Ich weiß nicht, ob dir das zu hardcore ist. Und dass man sich das Kind in dir aus Heimat findet. Tischtesl zur Lösung fasst alle Probleme. Vielleicht wenn du jetzt so relaxed bist, fällst du dir dann leichter, Dinge aufzuarbeiten. Aber ich kann auch wirklich empfehlen dir, ja, ursprüngliche Weihnachtsgeschichte durchzulesen. Denn oft vergessen wir eigentlich, was in meinen Rippen so passiert ist und warum wir es eigentlich feiern. Und manchmal finde ich das ganz schön zu sehen, dass damals alles in einem armen Kusch da losging. So ein riesen Wunder. Ich leg dir das Buch gerne zur Seite, wenn du magst. Wenn du magst, kann ich dir auch diese Wasserohr an den Rand stellen. Damit du sie beim Einschlafen betrachten kannst. Wie sie belohbert. Wie sie belohbert. Bis zum Beispiel. Wie sie belohbert. Schöne, ihre Schöne und Schöne mit. Wie sie lohnt man sich. Wie sie lohnt. Ja, ich meine die Schöne. Wie sie lohnt. Wie sie lohnt mich. Das Buch ist ein Bilger. Die Schöne und Ähm. Wie sie lohnt sich. Und ich lasse das mal. Gut. Und ich hoffe, du hattest einen mega entspannenden Beauty und Spatty, jenzeren Sparismon. Ich würde dich jetzt noch einmal mit dieser Feder kitzeln, damit du schnell einschließt. Ich würde mich sehr für eine gute Bewertung freuen. Und hoffe, dass es dir gefallen hat. Ich wünsche dir noch einmal besinnliche Feiertage. Ruhe dich aus. Mach dir nicht zu viel Stress. Und genieße es einfach, so gut es geht. Gute Nacht. Schlaf gut. Und du einmal schützt. Schlaf gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020